Danke, Frau Präsidentin, hohes Haus. Für uns war dieser COFAG-Untersuchungsausschuss insofern ein wichtiger Untersuchungsausschuss, weil es für uns freiheitlich sozusagen der Beginn der Aufklärung der Corona-Katastrophe ist und vor allem der Aufklärung dessen, was Sie von der Bundesregierung gemeinsam mit den Grünen alles veranstaltet haben und was Sie kommenden Generationen angetan haben. Sie haben das Budget außer Rand und Band gebracht. Sie haben kommende Generationen auf Jahrzehnte hinaus belastet mit Maßnahmen, die vollkommen widersinnig und irrsinnig gewesen sind. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und wissen Sie, ich habe dieser an sich sachlichen Debatte jetzt länger gelauscht, aber Frau Kollegin Tomaselli, du weißt, ich schätze dich aber grundsätzlich, sich als Grüne hierherzustellen und zu sagen, der Postenschacher, den wir bei der COFAG erkannt haben, der ist katastrophal, das ist schon hochinteressant, denn der Postenschacher ist doch von den Grünen mitgetragen worden. Es gab einen grünen Geschäftsführer, dort ist es ja auch erwähnt worden. Und wissen Sie, wenn ich mir gerade anschaue, wer in der ÖVP-Alau gerade fehlt und wenn ich mir anschaue, was diese Bundesregierung im Hintergrund schon wieder für ein eigenes AMS eingerichtet hat, wo der Herr Brunner gerade wieder um einen eigenen Job rittert, wo der Herr Kocher jetzt schon Nationalbankchef werden möchte und weiß nicht, welche Jobs Sie sonst noch verteilen, die Ihnen eigentlich gar nicht zustehen, das ist die eigentliche Schande. Und die Grünen haben das mitgetragen bis zum heutigen Tag. Ich bin gespannt, wo der Anstand jetzt bleibt, wenn es dann ums Auspackeln dieser ganzen Seitletter geht. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, und da möchte ich auch den Kollegen Schetti ganz kurz in Indizierung nehmen, der davon gesprochen hat, in der COFAG wären Wirtschaftshilfen ausbezahlt worden. Also ich habe mir gedacht, die Neos sind eine Wirtschaftspartei, oder zumindest sagt man das von sich selbst, aber es waren eben keine Wirtschaftshilfen, Kollege Schetti, sondern es war der Schadenersatz. Es war der Schadenersatz dafür, was diese Bundesregierung mit den exzessiven Maßnahmen an den Unternehmen angerichtet hat. Man hat ja so Bittstellen dekretiert und das ist eine Schande ehemaliger Wirtschaftspartei ÖVP. Und wissen Sie, ein Punkt ist auch ganz klar. Es wird uns das Paket COFAG angesehen haben und gesehen haben, dass man hier eine Parallelstruktur eingeführt hat, die nicht nötig gewesen wäre, weil da bin ich mit meinen Vorrednern durchaus d'accord, diesbezüglich, dass man das ganz, ganz locker über die eigene Finanzverwaltung regeln hätte können, aber dann wäre die Möglichkeit nicht bestanden, an der parlamentarischen Kontrolle vorbei, eine Fastlane für ÖVP-Günstlinge zu errichten. Und ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, aber man kann, glaube ich, 6 oder 27 Abgeordnete der ÖVP sich durchschauen. Ich hätte schon fast einen kleinen Adventkalender vorbereitet, wer sich alle diese Schadenersatzgelder abgeholt hat und oft sehr unberechtigt. Ich werde keinen Namen nennen, aber sie haben drei Modelle gehabt. Das eine waren die Firmen, die von Haus aus kaputt waren, die sie über die Corona-Gelder repariert haben. Das war die eine Maßnahme, die sie ergriffen haben. Die zweite war, die hätten gar kein Geld kriegen dürfen nach ihren eigenen Regelungen. Ist aber trotzdem passiert. Das zweite waren Firmen, die auch in der Corona-Zeit funktioniert haben, die haben sie vergoldet, die haben sie dann noch zusätzliche Gelder abgeholt, die ihnen auch nicht zugestanden wären. Und das dritte waren so Unternehmen à la René Benko, die im Prinzip also mit der Höchstgrenze der Gruppenauszahlungen auch nicht in die Ziehung gekommen wären. Auch das haben sie veranlasst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das muss man sich noch genauer anschauen. Und ich kann Ihnen eines garantieren. Also in puncto Kofag und Corona sind wir noch lange nicht fertig. Und das hat Herbert Kickl auch gesagt. Das Erste, was wir machen müssen, ist ein Corona-Untersuchungsausschuss, um einmal zu sehen, welche Schandtaten, die wir hier geliefert haben, gemeinsam mit den Grünen. Und da werden wir mal schauen, was für ein Nachspiel das noch hat. Und ich bin überzeugt davon, da geht es nicht nur um die politische Verantwortung, sondern da geht es im Prinzip auch um strafrechtliche Verantwortung, die sie alle noch in irgendeiner Art und Weise einholen wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wissen Sie eines noch, wenn man schon diese 15 Milliarden Euro an Steuergeld etwas mehr in die Hand nimmt, kommenden Generationen umhängt und dann nicht einmal in der Lage ist, diese Auszahlungen richtig und bis zum Ende vorzunehmen. Und wenn das dazu führt, dass rund 600 Millionen zu einem Unternehmen versprochen worden sind, bis heute dort aber noch nicht angekommen sind, weil es nämlich Ihr Finanzminister Brunner, der jetzt Kommissar werden möchte und der Herr Kogler, der lieber in irgendwelchen Fußballkabinen herumkugelt. Wenn Sie die nicht einig werden darüber, wie man eine Verordnung macht, die rechtskonform ist und dadurch eine Insolvenzwelle der Sonderklasse ausgelöst wird, dann wissen wir, dass wir hier bei Ihren beiden Parteien das Schlechteste aus beiden Welten bekommen haben.